Ta-da! Die 16. Töre aus dem Adventskalender steht für Buchübungen. Übrigens 7 und 8 auch. Gut, geh auf den Rücken, häng neben dem Körper, die Arme neben dem Körper und jetzt komm nach vorne zu den Fersern. Wichtig, schau immer nach oben, weil du den Kopf so hast, die Fahze anziehen. Schau nach oben und komm seitwärts. Das Ganze machen wir 25x, dann gehen wir 26x, dann gehen es auf 13x pro Seite. Wenn du das hast, legst du die Hänge auf die Oberschenkel und stossst hier die Hänge hoch. Und das Ganze machen wir auch 25x und die letzten 25x die Hänge gegen den Himmel hoch schieben. 25x gibt insgesamt 75x respektive 76x Wiederholungen. Viel Spaß!